Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 Online, am heutigen Tag zusammen mit Zombie und Maudano. Leute, wenn ihr Bock habt auf mehr, lasst auf jeden Fall ein Like da und jetzt wünsche ich euch allen viel Spaß. Oh, Fraggle ruft an. Fraggle, ich bin da. Seitdem drückst du la Marbe? Ja, wirklich. Und diesen Simien, weil er irgendwie will, dass ich Autos klaue. Hallo, meine Leute. Ich so gefreut, mich zu sehen. Ihr wolltet mich schraben, dass ich wieder meinen Front-Spoiler verliere und dann nicht richtig fahren kann. Ja, ich bleib da. Nein. Ich bleib da. Hallo. Hab dich nicht berührt. Das war aber nicht mit Absicht. Wenn es mit Absicht war, war es ein 10 von 10-Move? Nee, es war nicht mit Absicht. Da will ich keinen Credit für haben, für meine Unfälle. Oh nein. Das war jetzt, jetzt habe ich es mir erarbeitet. Das stimmt. So, warte, ich gucke mal. Ah, nee, hier ist die L. Ach, es ist wieder zwei Leute. Warte, ich gucke. Anweisungen unterliegen der amtlichen Pflicht zur Geheimhaltung. Eine nicht genannte Regierungsagentur benötigt private Dienstleister, um Informationen über eine Verschwörung zu sammeln. Ja, da könnt ihr jetzt alle mit rein. Let's go. Du darfst mitmachen. Oh, ich bin der Scharfschütze. Ich bin der verdeckte Ermittler. Ja. Ich bin der verdeckte Ermittler. Der bin ich doch auch. Oh, da. Oh, da bin ich. Da bin ich. Lieber in der Richterabendung. Ich gelobe feinlich. Ist das der Präsident? Ja. USA. USA. Ich bin so ein großer Fan. Ich auch. Ich habe auch USA abonniert. Ja, danke. Ah ja. Ihr könnt alle hier einsteigen. Ja, guck mal, dein Ferrari ist wieder repariert und steht hier sogar. Oh, cool. Ja, aber ich fahre hier mit dem. Ich fahre mit dem einfach, falls wir mal fliehen müssen. Oh, das stimmt. Das ist eine gute Idee. Oh, da passen nur zwei Leute rein. Tja. Denk mal drüber nach. Ja. Ich und Paluten. Ja. Fährst du auf der falschen Straßenseite? Nein. Du fährst auf der falschen. Okay. Sorry. Ja, du fährst aber auch jetzt über Rot. Ich bin Farbenblind. Nee. Für mich ist alles gut. Ja, aber dann wüsstest du trotzdem, dass oben Rot ist. Dürfen Farbenblinde am Straßenverkehr teilnehmen? Ja, oder? Ja. Die sind ja extra so gemacht, dass man es trotzdem kennt. Also, wir gehen rein. Oder auch nicht. Ah ja. Oh ja, wir gehen rein. Alter. Jetzt gibt es Stress. Oh ja. Ich werde als erster hacken. Yo, was ein Gaming-PC. Alter, nice. So. Jetzt wird gehackt. Oh, Zuge verweigert. Globales Netzwerk. Ah, externes Medium. Hack, connect, achse. Oh, benutze Brute Force. Ich Brute Force. Zack, 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 zack. Oh mein Gott, der hat eine Toilette. So leben die reichen also. Oh mein Gott. Alter. Der hat nicht mal ein BD. Ich habe nur ein Bottich. Oh ja, ich glaube, ich habe gehackt. Ja, wir sind fertig. Zack. Yo. Jetzt wird sie vorsichtig veröffnet. Alter. Zumal so einen richtig süßen Pferdeschwanz da hinten. Schön, dass es dir aufgefallen ist, meine neue Frisur. Die einen zu A, die anderen zu B. Team B. Ich fahre zu A. Okay, passt. Okay, sehr gut. Das FBI handelt einen Deal für vier Stück Hardware. Okay. Wir holen Hardware. Wird hier denn nicht mal auch geballert? Was soll ich ballern? Na, noch nicht. Gleich. Hier, mein Nitro deaktiviert. Was? Ja, ich kann es nicht zünden in der Mission scheinbar. Müssen wir rollen? Nee, ich glaube, wir müssen hier. Weißt du, dass wir rollern müssen? Nö, das war eine Vermietung. Das war eine Falze. Oh Gott. Stopp, stopp, stopp. Wir müssen uns erst umziehen. Okay, du hast die ballertiert. Das war's. Ja, ist egal. Komm. Das ist doch was. Voll deiner. Polizei. Ja, ich bin. Oh Gott. Alles easy. Alles easy, Maudado. Ich beschütze dich. Hammer, Hammer. So. Da muss man doch Eno rein. Ja, easy. Aufzug benutzen. Okay, ich muss den Sicherungskasten abschießen. Musst du dir auch? Ja. Sieht der aus? Oh Gott, ich werde angeschossen. Wie ein Kasten, so viereckig, um sie mit zu treten. Oh ja, oh ja. Zack. Zack. Ah, ich war nie weg. Ich war nie weg. Zack. Ist hier noch jemand? Hier hinter mir. Ah, nee. Ist das hier? Nee, egal, was wir machen. Nein. Besser so. Ich will keinen Schuh vereintragen. Oh Gott. Keine Sorge. Wir müssen hier durch, glaube ich. Hier rein? Hier, hier bei mir. Ah, ja. Ist bei euch auch dunkel? Nee. Oh nee, hier sind Toiletten. Echt, bei mir ist hier Licht aus. Ich muss mit einer Taschenlampe mir den Weg leuchten und so. Nee, nee. Wir haben hier bei uns ein bisschen offener. Ich habe auch den Strom nicht ausgemacht. Ich habe Alarm ausgelöst. Ja, ja. Bei uns ist alles ruhig. Weil wir sneaken hier durch. Oh Gott. Ich bin gleich. Ich muss kurz. Ah, ich. Ja, habe ich. Ich habe ich. Keine Ahnung. Okay, ich muss kurz was essen. Wir müssen hier Hardware suchen. Aber wo finden wir hier Hardware? Ja, das fragen wir mich auch. Ist die nicht irgendwie markiert? Ja, nee. Anscheinend müssen wir wirklich suchen. Ja, ich suche auch. Kriege ich gerade so ein Lagerhaus. In Zeitlupe. Vielleicht sind sie Spinnen oder so irgendwo. Ja, aber. Na. Hardware. Oh, ich habe Hardware eingesammelt. Keine Ahnung, wie das. Wie? Wir brauchen zwei. Ah, ich habe ein Kabel gefunden. Wie sah die Hardware aus? Ich weiß es nicht. Ich bin einfach drüber gelaufen. Bei mir war es ein Headset auf einem Schreibtisch. Ein Hardware-Ding. Oh ja, dann ist wahrscheinlich das andere auf deiner Seite. Also irgendein Kabel, was einfach rumlag war das. Okay. Hat so ganz leicht weiß geleuchtet, als ich in die Nähe kam. Ah doch, hier war es. Ah, cool. Jetzt komm ich hin. Das eine ist bei mir. Ah ja, ich verlasse das. Ah, okay. Nice. Ich bin aber scheinbar blind. Zack. Und bitte. Oh, die warten draußen auf uns. Ja, kein Problem. Einfach durch. Au. Ich wurde hart. Ah, davon. Okay, Palette, du bist in Sicherheit, wenn du hier im Auto bist. Ah, da. Okay, ich war. Okay, ich bin raus. Sehr gut. Oh Gott. Schieße kaputt, schieße kaputt. Bin dabei? Ich bin tot. Okay, ja, wir haben ja noch. Ich hab die Hardware, ich hab aus Versehen die Hardware fallen lassen. Einfach durch, Maudato. Einfach durch. Ich bin tot. Scheiße. Mission fehlend. Au, die, ah, jetzt hat er mich auch. Mich hat so eine Oma. Nee, wir können es noch schaffen, wir können es noch schaffen, Paluten. Ach so, okay. Ja, ich sammel die Hardware ein. Ich versuch's zumindest. So, okay. Jetzt einfach einsammeln. Junge, lass mich das doch einsammeln. So, jetzt steig. Junge. Ich bin, ich bin tot. Ich bin tot. Es tut mir leid. Nein, 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 du bist noch nicht tot. Ja. Mann. Junge, dass er da nicht über dieses Ding springen kann. Ach, stimmt. Du kannst das schaffen. Ja, ich kann dir zugucken. Genau, da oben. Ja, da muss doch einmal alles. Ja, da in dem Auto. Da hinter dir ist sie. Hinter dir. Ja, warte. Ich will die Kopf kurz. Ah ja, das ist smart. Wo ist der Hardware? Ich sehe keine. Doch, doch, doch. Da geradeaus. Ah, da muss das Auto gerade. Ja, genau da. Zack. Ah ja, vier von vier. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Für den Freedom Squad. Ja. Schade. Ach, jetzt ist es doch gut so. Ja, wir fahren danach einfach, wenn ihr wieder lebt. Ja. Ich bin nur im Krankenhaus. Maudado ist auch da. Ach so. Ah ja, schön. Glaubt ihr euch verletzt? Maudado leider am Puploch. Oh nein. Ja, hat sich leider eingekackt. Du musst uns krank weisen direkt. Ja, ich auch. Wir liegen da beide. Schön. Wenigstens dasselbe. Ja. Geteiltes Leid ist halbes Leid, sagt man ja immer. Ja, eben. Da, rechts, rechts. Ich will ja nichts kaputt machen. Ach stimmt, das stimmt. Safety first. Das ist die. Abgeliefert. Lebt ihr noch? Ja. Ja, dem geht's gut. Kriegen wir jetzt nicht Geld oder so? Jetzt müssen wir nicht Geld kriegen, hoffentlich. Ja. Ja. Gewonnen. Oh, bestanden. Oh, 43.000. Boah, Geld. War nicht so wenig. So, Leute, das war's. Mit einer kleinen Folge von GTA 5 Online. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaut unbedingt bei Zommer im Moderno vorbei und habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.